auf gehts euphoria man vergisst zu schalten warum sehe ich eigentlich nichts auf dem Bildschirm ich habe verschwommen zu nah dran jetzt gucken wir wieder mal wie euphorierend er ist ich habe hier auf gehts nach Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für heute. Man vergesst zu schalten, ne? Ja gut? Ja. Ich sehe gleich das Vorderradfeld ab. Genau. Genau. Ich hab dann irgendwie voll zu beschissen. Das war's für heute. 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 Ich bin jetzt nicht mehr für heute. Das war's für heute. Ich hab's gesehen. Das war's für heute. ich versuche die zumindest zu nehmen was man daraus wird ist so eine andere sache ein Vielen Dank.